Hallo ihr Lieben, heute wird gebacken. Wir backen nämlich das Mein-Keks-Rezept, was ich so die letzten Jahre immer gemacht habe. Wir hießen einmal und ich habe so ein bisschen nicht mehr ganz so viel gebacken, aber die Kekse mussten es immer sein. Und das sind die Hafer-Makarons. Und dafür brauchen wir Eiweiß, wir brauchen eine Prise Salz, wir brauchen Puderzucker, wir brauchen Haferflocken und Kakaopulver. Und dann später noch Kuvertüre, ich nehme meistens weiße und dunkle. Und wir brauchen Butter und Instant-Espresso-Pulver. Ich muss dazu sagen, das Espressopulver muss man nicht unbedingt nehmen. Ich habe es auch schon mal ohne, weil ich nichts gefunden habe, weil es das nicht im Laden gab. Und gerade, wer es für Kinder auch macht, ist das die bessere Variante, wenn man es dann wirklich weglässt. Und wir fangen an mit dem Eiweiß. Das heißt, ich trenne jetzt die Eier. Ich nutze diese Variante mit diesem Hilfsmittel, aufgrund dessen, weil ich mich da manchmal so ein bisschen doof angestellt habe und mir dann doch das Eiweiß irgendwie reingeplumpst ist. Ich habe zwar auch jetzt manchmal, dass mir so kleine Sachen passieren, wie das Eigelb war schon kaputt und ist mir dann doch reingeplumpst. Aber das ist für mich so die Variante jetzt, die ich ganz gerne nutze, aufgrund dessen, weil das einfach schneller geht und ich da auch so ein bisschen safe auf der sicheren Seite bin. Und dieses Eiweiß, das Eigelb selber, habe ich dann später für mich fürs Abendbrot und habe noch ein Ei dazu gemacht, damit auch das Eiweiß mit bei ist und habe es dann einfach in die Pfanne getan und gebraten. Und es gibt aber bestimmt auch zum Beispiel Backrezepte, wo das Eigelb genutzt wird. Also dementsprechend guckt da im Zweifel auch gerne, falls ihr das zum Beispiel nicht braten wollt oder so, dann guckt einfach mal, ob ihr da vielleicht ein anderes Rezept noch findet. Dann wird das Eiweiß steif geschlagen. Das dauert immer relativ lange. Ich habe das früher immer so ein bisschen unterschätzt. Aber das ist dann auch für mich okay. Dann kommt noch eine Prise Salz rein. Übrigens, ich bin Tatsachen-Fan. Ich schaue, dass ich mir fast gefühlt nach jedem Gang meine Hände wasche, aufgrund dessen, weil ich das halt wichtig finde, dass gerade wenn wirklich andere Leute auch noch die Kekse essen, wenn ich es nur selber machen würde, also nur essen würde, wäre das nochmal was anderes. Aber ich wasche sie halt dann eben meine Hände zwischendrin immer. Und so, dass halt wirklich das einfach eine schöne, angenehme Angelegenheit ist. Ja, und ich versuche dann so ein bisschen vorher auch so ein bisschen die Haferflocken abzumessen und auch den Puderzucker. Für mich ist dieses Vorbereiten immer recht wichtig. Und ich habe übrigens bei den Haferflocken im Rezeptstand drin, und das ist die zarten Haferflocken sein sollen, weil jetzt keine Verpackung da zu sehen ist, deswegen sage ich es mit dazu. Und übrigens die genauen Mengenangaben gucke ich, dass ich sie euch reinschreibe, damit ihr da jetzt nicht verwirrt seid. Wenn ihr jetzt gerade keine Mengenangaben seht, könnt ihr sie dann unten in der Infobox nachlesen. Und genau, während, wenn das Eiweiß steif geschlagen ist, dann lasse ich es, kommt dazu dann noch der Puderzucker und die Haferflocken, damit es dann zu einer, ja, Keksmasse, klingt irgendwie falsch, aber ist Tatsache dann für mich diese Keksmasse. Und genau, also dadurch lasst euch da jetzt dann nicht verirrungen, nur weil es irgendwie nicht so ein typischer Teig ist. Also es ist jetzt nichts, wo jetzt zum Beispiel die Kinder, also ich würde es zumindest nicht als mit meiner Kindheitserinnerung, glaube ich, würde ich den Teig jetzt so nicht auskratzen wollen. Denn da ist so ein anderer, normaler Keksteig wirklich viel, viel mehr geeignet. Also das kann ich schon mal vorwegnehmen. Die Kekse sind sehr lecker, ich mag sie sehr, aber eben halt, man muss halt bedenken, die sind nicht die typischen Kekse. Ja, während ich jetzt hier noch wurschte, möchte ich auf jeden Fall, ich weiß nicht genau, wann ich mein letztes Video jetzt dieses Jahr für 2022 hochlade, aber ich möchte auf jeden Fall von Herzen Danke sagen für dieses tolle Jahr. Wir sind so unglaublich viele geworden. Habe ich nie mit gerechnet, als ich angefangen habe und bin ja auch lange, ich habe ja mich lange nur mit der Musik, dass ich die hochgeladen habe. Mittlerweile lade ich ja einiges hoch. Ich lade meine Meerschweinchen unter den Short-Videos hauptsächlich hoch. Ich lade Bastel-Videos in jeglichen Varianten hoch. Ich versuche mich da einfach gerade so ein bisschen auszutoben kreativ und auch zu schauen, was kann ich euch von mir auch noch zeigen, beziehungsweise was könnte euch noch interessieren, was ihr gerne sehen möchtet. Und dadurch vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt aktuell über 400 Abonnenten. Jetzt, wenn ich es gerade spreche, sind wir 422, aber das ändert sich halt auch immer. Es geht mal wieder jemand, es kommt mal jemand dazu. Und dadurch, ich bin natürlich immer sehr traurig, wenn jemand geht, einfach weil man natürlich nicht weiß, warum geht derjenige jetzt, was aber übrigens okay ist. Also es ist jetzt keine Pflicht hier zu bleiben. Und genau. Ja, hier mache ich jetzt gerade den Puderzucker dazu und die Haferflocken und habe für mich dann so ein bisschen das Ganze noch rühren lassen, damit es auch eine schöne Masse wird. Ja, fürs nächste Jahr habe ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich mich noch mehr hier auf meinem Kanal so ein bisschen ausleben möchte mit unterschiedlichen Sachen. Vielleicht wird es auch nicht nur Musik und Basteln bleiben. Ich habe ja relativ viele Hobbys. Ich versuche mich da ja so ein bisschen kreativ auszutoben. Ich gehe ja zum Keyboardunterricht und nein, ich bin nicht die Beste, aber ich liebe es, es macht den Kopf frei. Und ebenso ist es mit dem Gesangsunterricht, weil das so unglaublich entspannt, dieses einfach mal was anderes tun als nur kopflastig. Ich bin ja jemand, der am Schreibtisch sitzt, wenn ich mein Hauptberuf. Und dadurch, ich gucke mal, was so für schöne Möglichkeiten noch so in meinem Leben schlummern, die ich euch zeigen kann, die euch vielleicht auch interessieren. Und ja, und dadurch, glaube ich, könnt ihr euch auf ganz viel gefasst machen. Ja, ich habe jetzt hier, die Masse ist fertig. Und als nächstes trenne ich die Masse, weil ich immer eine Variante in hell mache, ohne den Kakao und eine eben mit Kakao. Und das ist für mich halt eine Farbsgeschmackssache. Ich versuche dann, wenn ich, zeige ich euch gleich auch im Video, ich versuche da immer so ein bisschen zu schauen, dass die Macarons gleich groß sind, dass ich immer ein Pärchen letztendlich habe, was ich dann mache, um das Ganze dann besser aufeinander zu packen. Ihr werdet das Ergebnis sehen, ihr werdet es dann auch verstehen, was ich meine. Und genau. Jetzt mache ich den Kakao dazu. Ich habe es übrigens mal mit so einem normalen Kakao probiert. Das war jetzt nicht ganz meins, aber könnt ihr auch gerne ausprobieren. Im Rezept selber steht Kakaopulver, also da wird jetzt nicht direkt Backkakao empfohlen. Für mich, wie gesagt, ist es bisher immer die bessere Variante gemacht, aber das ist halt eine Geschmackssache. Also dadurch vielleicht durch einen normalen Kakao, da sind ja immer schon Süßungsmittel mit drin, dadurch kann es sein, dass es dann noch ein bisschen süßer wird. Es ist schon sehr süß. Und dafür braucht man die Kuvertüre später, dass das dann halt besser funktioniert. Und ja. Ansonsten, was macht ihr gerne? Irgendwie backt ihr gerne zur Weihnachtszeit? Oder weiß ich nicht, Weihnachtsdeko? Ich bin ja nicht so der komplette Weihnachtstyp, aber ich habe auch dieses Jahr wieder Weihnachtsdeko hier stehen. Ich habe auch gebacken. Allerdings ein anderes Rezept. Das habe ich aber auch noch. Ich muss mal schauen, ob ich das Feld auch noch hochlade. Und, aber das war jetzt so das Erste, was ich euch zeigen wollte, weil das so ein ganz untypisches Rezept ist, was so ein jeder, also es ist nicht dieses ich steche aus Rezept, sondern es ist halt eben mal ein bisschen was anderes. Dadurch dachte ich mir, passt das vielleicht für euch, wer einfach noch mal was anderem sucht, ist das dann in Ordnung. Ja, hier mache ich es mit zwei Löffeln immer, dass ich halt die Macarons aufs Backblech packe. Bitte so ein bisschen drauf achten, weil die gehen noch so ein bisschen auseinander, dass die nicht zu nah aneinander liegen. Mir ist es manchmal schon passiert, dass sie wirklich zu nah lagen. Aber auch das ist okay. Okay, es soll laut Rezept mit den Angaben, die ich euch in die Infobox packe, äh, soll na circa 15 Stück rauskommen. Sind's bei mir in der Regel nicht. Ich gehe davon aus, ich mache sie einfach zu groß, aber ich finde auch irgendwie zu kleine, sind finde ich jetzt auch wieder zu doof. also dadurch, äh, vielleicht seid ihr da eher dran an den 15, äh, Stück, die dann passieren, weil, nur weil da jetzt so viele liegen, äh, man packt die ja zusammen. Das heißt, äh, auf der Unterseite kommt dann die Schokolade hin und dann kommt noch ein Macaron auf die andere Seite. Und, ähm, ja, probiert's aus. Lasst's mir gerne. Wir wissen, äh, ob ihr da 15 Stück rausbekommen habt. Und, äh, selbst auf dem Foto, was da mit bei war, äh, sehen die auch relativ groß aus. Und ich glaube nicht, dass das 15 sind. Aber wir wollen nicht kleinlich sein. Ja, hier sind sie dann auch schon, äh, fertig aus dem Backofen. Ich kann's hier auch schon mal sagen, ähm, man soll die dann, ähm, beim normalen Eherd 180 Grad und Umluft 160. Und, circa 6 Minuten ungefähr. Ähm, aber ich schreib's euch auch nochmal rein. Äh, ich glaube auch die 6 Minuten stimmen nicht ganz. Das ist auch von Herd zu Herd unterschiedlich. Ich hab das Rezept jetzt schon mit unterschiedlichen Backöfen, sag ich jetzt mal, gemacht. Und, äh, es hat immer anders gedauert. Man sollte so ein bisschen schauen. Es gibt, äh, bei den Macarons, dass sich da unten so eine, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, so eine Lücke, so eine, ich weiß es nicht, es tut mir leid, äh, so eine, wirklich so eine tolle Lücke bildet, äh, damit man sieht, dass die jetzt fertig sind. Und, äh, das sollte man schon beachten. Und dann sind die auch fertig. Und dann sind die auch nicht mehr klitschig drinne. Und dementsprechend, ja. Ich hab's leider nicht mitgefilmt, wie es jetzt am schönsten aussieht. Aber, ähm, ich hoffe, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wer schon Mamm-Macarons gegessen hat, der weiß das, wie das geht. Ja, bei der Schokolade, bei der Kuvertüre, kommen Butter mit dazu, damit das einfach besser festhält. und, ähm, hab dann, wie gesagt, den, äh, den Kaffee da mit reingemacht. Und jetzt suche ich jeweils immer so ein Pendant zusammen und mach dann da die Schokolade drauf und dann werden sie wie zusammengeklebt, äh, dürfen die dann trocknen. Für mich, äh, immer wieder spannend und toll, wenn die dann fertig sind. Und, ja. Ja, wenn sie kleiner werden, muss ich mal fairerweise sagen, dann sind die auch mundgerechter. Aber so sind sie wirklich top. Ich hatte übrigens, ich hatte da noch Kuvertüre übrig, das habe ich jetzt nicht mehr mitgefilmt, aber, äh, da habe ich dann Cornflakes zum Beispiel reingemacht, weil ich, ich weiß nicht, wer das noch kennt, äh, das ist relativ lange schon her, die gibt's leider bei der Firma Arco nicht mehr, also bei diesem Süßigkeitenladen, äh, und, äh, da gab's immer Cornflakes mit Schokolade ummantelt und das waren immer so ein bisschen größere Stückchen, die gibt's leider nicht mehr und deswegen muss ich gucken, dass ich sie irgendwann genau so alleine hinkriege, weil die wirklich toll waren, die schön knuspern, also es hat nichts mit, äh, Schokokrossis oder irgendwas zu tun, sondern wirklich, die waren anders, die waren toll. Aber, gut, wir bleiben bei den Keksen. Falls ich übrigens so ein bisschen verschnupft klinge, irgendwie ist so der, so ein leichter Schnupfen da, aber, ich glaube, heutzutage im Moment sind so viele krank auch erkältet und dadurch wünsche ich euch natürlich, dass ihr gesund bleibt oder gesund werdet, gute Besserung da, wenn ihr krank seid und ja, so sehen meine fertigen Macarons aus. Ich lieb's, äh, ich mag sie sehr, also dementsprechend, äh, hier seht ihr auch noch, ich hab so ein bisschen übrig behalten, irgendwie war da so ein bisschen mehr übrig und, ja, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt erstmal Wunderschöne Weihnachten, ich gehe nicht davon aus, dass ich nochmal ein Video hochlade. Ich bin mir aber noch nicht sicher, vielleicht kommt doch noch eins und, äh, ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder und, einen wunderschönen Sonntag und bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.